Warum ich das jetzt wichtig fand, weil du hast es eh schon fast ausgesprochen, aber ich möchte nochmal für dich, glaube ich, diesen Punkt nach Hause bringen, wenn dieses Meeting von der Führungskraft gesteuert ist im Sinn von seine Themen, ihre Themen, ihre Prioritäten und so, weißt du, du bist ja quasi nur der Befehlsempfänger in diesem Meeting und darfst vielleicht noch sagen, was du diese Woche gemacht hast, dann hat das natürlich eine ganz andere Qualität, als wenn, so wie wir das immer beim One-on-One-Gespräch auch bringen, wenn die Themen vom Team herauskommen und die Führungskraft kann natürlich auch seine Themen da irgendwie mit einbringen, das ist ganz klar, aber es ist ein Riesenunterschied im Level dieser Partizipation, ob das jetzt einfach eine Befehlsempfänger-Geschichte ist und dann endet es auch meistens in einem Monolog, da ist dann eine Stunde lang, wird dann gepreacht quasi, das müssen wir machen und das sollten wir noch tun und übrigens das quasi und dann das auch noch Versus umdrehen, das Team bringt die Themen ein und daraus wird dann geschöpft und ich glaube meistens, also es hängt natürlich vom Thema ab, aber es geht wesentlich mehr als die von dir jetzt angedeuteten zwei Themen zum Beispiel, also meistens kriegen wir da schon einige verschiedene Themen durch und ist auch wichtig eben, das anzusprechen und ja und ich meine klar, wenn das Team größer ist und die Themen groß sind, dann muss man sich halt eben was überlegen, wie du gemeint hast, einen kleinen Voting-Algorithmus oder so, der das halt dann klärt. Vielen Dank.